Herzlich willkommen zu diesem ACMP-Video zur ACMP-Agenten-Installation. Die ACMP-Agenten-Installation wird auf unterschiedlichem Wege befüllt. Zum einen besteht natürlich die Möglichkeit, via Windows Broadcasting das Ganze auszulesen. Zudem können Sie natürlich Ihre Active Directory durchsuchen lassen. Zudem werden bereits inventarisierte Agenten auch schon gezeigt. Zusätzlich können Sie eine weitere Option aktivieren und zwar, dass ein IP-Bereich zusätzlich noch durchsucht werden soll. Hierfür einfach die Checkbox setzen, einen Namen für den jeweiligen IP-Bereich vergeben und dann die Start- und End-IP-Adresse dort eintragen. In meinem Fall habe ich jetzt ein 92er Netz, was ich zusätzlich noch inventarisieren möchte. Trage hier die Start-IP 92.1 und die End-IP 92.254 ein. Und dann geht der ACMP-Server auch hin und versucht dort die jeweiligen Geräte zu erreichen und überprüft auch, wenn ich das möchte, ob denn wirklich dort auch ein Windows-Client mit einer Freigabe, wo ich das Ganze installieren kann, vorhanden ist. Speichern wir das Ganze erst einmal ab. Ich könnte es sogar automatisieren, wenn ich das wollte, über die Installationsregeln, das aber auch in einem späteren Video nochmal zu sehen. Schauen wir uns erstmal an, mit welchem Kontext wird denn dann auf diese Freigaben zugegriffen. Das kann ich hier konfigurieren und zwar gibt es entweder ein globales Konto, was ich verwenden kann oder einen spezifischen Account. Zudem kann ich auch die Checkbox setzen, ob ich denn möchte, dass diese Zugriffsrechte überprüft werden. Und zwar braucht er da Zugriff auf die Admin-Dollar-Freigabe. Und dann trägt sich das hier alles unter dem Punkt Netzwerk ein. Ich sehe auch durch die Oberbereiche, wie das Ganze inventarisiert worden ist. Zum Beispiel hier meine Domäne oder auch darunter meine Workgroup oder der IP-Bereich, den wir gerade erstellt haben. Sollte das Gerät mal trotzdem nicht auftauchen, kann ich auch einzelne IP-Adressen oder Computernamen angeben oder auch nochmal einen kompletten Bereich scannen lassen, wo ich dann das Ganze auch nochmal mit einem individuellen Konto versehen kann. In meinem Fall für die Schulungsdomäne brauche ich ein zusätzliches Konto. Das kann ich dann hier unten eingeben, um einen Zugriff auf die Admin-Dollar-Freigabe zu erhalten. In meinem Fall ist es einfach der Domain-Admin, der auf jeden Fall die Berechtigung dazu hat. Gebe ich dann hier das jeweilige Konto ein mit dem jeweiligen Kennwort und kann das mit OK bestätigen. Dann wurde jetzt der neue Job im Job-Monitor angelegt. Agenten-Pushen, da sehen wir es auch schon, ist auch schon unterwegs zu den jeweiligen Rechnern. Und dann wird jetzt der ACMP-Dienst auf den jeweiligen Rechnern installiert. Dann ändert sich auch nämlich hier das Icon. Dann sehe ich hier diesen kleinen PC-Monitor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren ACMP-Vertriebspartner. Vielen Dank.